ARD Text im Auftrag von Funk Ihm Waffenhandel vorgeworfen wird. Halleluja! Entschuldigung. Was? Was? Ich drehe dir den Hals um. Oh Gott. Mir ist fast ein Herz stehen geblieben. ja eine menge warum ja wie warum naja ihren augenbrauen kann man in der bitte einfach weg machen oder officer olaf ist das ihr ernst ich wollte gerade sagen jetzt wollte ich hier schon keine polizei keine polizei gegenstände fahren und sie haben das war ein bisschen zu spacey Eieiei Eieiei Oh, brauchen wir jetzt einen Medic? Äh, ein Auto bringen Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Äh, die hängt da oben Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jaja, mach mal für zwischendurch bei mir dauerst Oh, Schaue, ein Auto Oh, oh 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 Ich glaube das war nicht eben zu viel. Ja. Ok. Es muss eine Mediksunter weg sein. Sind hier doch alle tot oder warte? Oh, Moment, Moment, Moment. Ich glaube ich muss das echt nochmal durch den Kopf messen. Au! AAAAAACH! Au. Au. Oh du Arsch! Oh du bist so scheiße. Oh du bist so scheiße. Ja ich bin hinter ihn. Achso sie schreien. Ja ich schreie. Ja ich check gerade nochmal den Garten hier ab. Sind weiter gerannt. Ich hab die da oben noch auf dem Berg hier gerade rüber laufen können. Ich will doch nicht die ganze Zeit rennen. Ja hier fahren zwei komische Karren rum ne. Ja dann haben sie die eingesammelt. Und ich brauche was zu trinken und dann bin ich gleich hoch gegangen. Ops. Das ist ja der Hammer. Er will den. Ja was? Alles gut bei ihm? Ja und bei ihm? Wunderbar. Ja freut mich. Wow. Oh du Hölle. Oh Gott. Was war das denn? Ach du Scheiße. Ähm. Das Auto brennt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Nein. Ich bin knatschig. Ich bin knatschig? Nur wenn du mal nicht bespriedigt bist dann bist du richtig knatschig. Ja aber dann müsste ich ja oberknatschig sein aktuell. Boah. Was heißt knatschig? Oh Gott. Aber bevor wir den. Haben sie denn am Sonntag Zeit junger Mann? Am solcher. Heißt das. So. Wachen Sie. Herr Strauß. Folgende Sache. Sie müssen eine ganz wichtige Frage beantworten. Ich hab den Schmerz. Er kann den nicht haben. Zu welcher. Zu welcher. Zu welcher Tierart gehören sie? Zu den Lauffögeln? Entschuldige Denise. Jetzt Turi guck. Ich werbe deinen Schmerz. firmly pushes die hoch 전. Only nicht nur denkenios. Rub nicht przy Globe. Wie ist das? Keine Kranow Walsack. Sofia besser wollte ich. Ich liexcite die. Es wäre heute so nett. ich mag diese roten sind ja da kann es den ganzen monat drin sitzen ohne angst zu haben und